moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch einen trick zeigen wie bei elden ring ganz schnell 42.000 runen verdienen können innerhalb von paar sekunden leute und zwar müsst ihr als allererstes zu einem bestimmten ort reisen und zwar hier oben rechts nach lennesturm falls ihr die karte auch noch nicht komplett freigeschaltet habt wie ich macht das nichts denn ihr könnt euch einfach jetzt an diesem bild hier orientieren machen euch ein screenshot oder markiert schon mal auf der karte diese schwarze stelle wo das ungefähr ist und lauft dann diesen weg so leute wenn ihr dann da seid denn interagiert mit der gnade auf dem boden und jetzt ist ganz wichtig ihr müsst die zeit vertreiben und warten bis die nacht einbricht wenn ihr das gemacht habt dann spawnt hier auf der brücke der boss zombie ihr müsst jetzt auf eurem pferd steigen und dem boss auf euch aufmerksam machen so dass er euch hinterher läuft leute ihr braucht jetzt keine besonderen waffen oder so ihr braucht nur euer pferd und wenn der boss auf euch aufmerksam ist dann rennt weg leute lauft den weg den ich laufe denn vor euch auf diesen fahrrad werden jetzt offen wo sich so kleine pilze befinden und wenn ihr darüber läuft dann strömen die gift aus dieses gift ist für euch nicht so gefährlich jedoch macht das enormen schaden bei dem boss also läuft einfach den weg hoch und passt auch auf die kleinen gegner auf die links und rechts spawnen und wenn ihr am ende angelangt seid dann könnt ihr auch wieder umdrehen wieder durchs gas laufen und dann wird der boss innerhalb von kürzester zeit sterben und wenn der boss dann gestorben ist leute so wie bei mir dann seht ihr jetzt unten rechts bekommt ihr 42.000 runen leider klappt das ganze nur einmal also wenn ihr das einmal gemacht habt dann spawnt der boss nicht mehr aber ich finde es trotzdem super hilfreich gerade am anfang wie bei mir wenn ihr auf einmal so viele runen bekommt so das war's dann mit dem video ich hoffe euch hat das kurze video gefallen falls sie mehr älterigen content wollen dann schreibt mir doch in die kommentare leute und falls ihr in zukunft auch nichts mehr verpassen wollt könnt ihr jetzt ein kostenloses abo da lassen und die glocke aktiviert und immer auf dem neuesten stand zu bleiben viel spaß mit dem video und bis zum nächsten mal ciao